Hallo und willkommen zu meinem nächsten Video von Mario Kart 8 Ihr wisst ja hoffentlich beim letzten Mal sind wir dritter geworden Es kann sein, dass wir diesmal zweiter werden Kann auch sein, dass wir letzter werden Aber bisher sind wir in der Weltrangliste erster Das heißt, es sind noch gute Chancen auf den ersten Platz Ich werde jetzt direkt mal erster Oh Mann Tschüss Und dann geht's weiter Hallo Wieso kippt die denn das die ganze Zeit noch mehr? Die weiß ich nicht Das ist nicht funktioniert So Wir werden natürlich auch noch andere Strecken außer die hier jetzt probieren Da gibt's nämlich verschiedene Strecken In einer Bahn Das habe ich mal Pech genommen Das nehme ich mal Pech Und so Treffe sogar So ab in die nächste Runde So Ich bin ein einfahrender Mario Kart Spieler Deswegen macht mir diese Tinte nichts aus Viel macht die ja was aus aber nicht Oh ich habe schon wieder getroffen Oh nein Und tschüss Wenigstens Wenigstens Ich wollte gerade sagen, wenigstens bin ich noch erster Erster Gut Ich bin noch erster Gut Ich bin noch erster So Oh oh Das ist schon um die zweite Runde Das heißt nur noch eine Runde bis zum Sieg So Das werde ich locker hinkriegen Oder auch nicht Ach egal Ich werde trotzdem erster Aber Da kann ich irgendwie nie lernen Ich weiß eben nicht wieso Das bringt ja nichts Zuerst da So Ich spiele jetzt gerade übrigens nicht online Habe ich auch ein bisschen noch nicht Aber das wird auch nicht so sein, dass ich euch das auf Youtube zeige, wie ich euch auch noch nicht Von deinem Spiel Ja So Da würde ich mal sagen, habe ich gewonnen, ne Erster Und damit verabschiede ich mich für mein heutiges Video Tschüss